Sokrates Nichts anderes sprach dieser, als umherzugehen, wenn du den Schierlingsbecher getrunken hast, bis dir die Beine schwer werden, danach dich hinzulegen. So wird es schon wirken. Und zugleich streckte er Sokrates den Becher hin. Und der nahm ihn und ganz heiter Echekrates, ohne zu zittern und weder die Farbe noch die Mine verändernd, sondern wie er es gewohnt war, ganz gerade den Menschen anblickend, setzte er an und trank ganz gelassen und wohlgemut aus. Dann ging er umher, und als er sagte, dass ihm die Beine schwer würden, legte er sich nieder auf den Rücken. So nämlich hatte es ihn der Mann aufgetragen. Zugleich berührte ihn eben dieser und untersuchte in Abständen seine Füße und Beine. Dann drückte er fest seinen Fuß und fragte ihn, ob er es spüre. Er aber sagte Nein. Und danach wiederum die Unterschenkel. Und so hinaufgehend zeigte er uns, dass er abkühlte und erstarrte. Er berührte ihn nochmals und sagte, dass er, sobald es ihm zum Herzen gelangt sei, sterben werde. Wenig später zuckte Sokrates, und der Mann deckte ihn auf. Da waren seine Augen gebrochen. Als Kriton das sah, schloss er ihm Mund und Augen. So schildert Platon in seinem Dialog Phaidon, den Tod des Sokrates. Der Philosoph Phaidon, ein Schüler des Sokrates, erzählt darin dem jungen Echekrates, wie sein zum Tode verurteilter Lehrmeister, noch kurz vor seiner Hinrichtung, mit Freunden über philosophische Fragen diskutiert, Dann, in großer Gelassenheit, den Schierlingsbecher nimmt und stirbt. Der Dialog schließt mit den Worten Dies, o Echekrates, war das Ende unseres Freundes, des Mannes, der unserem Urteil nach von den damaligen, mit denen wir es versucht haben, der trefflichste war und auch sonst der vernünftigste und gerechteste. Mit ihrer Bewunderung für Sokrates stehen Platon und Phaidon und alle, die damals dabei waren, nicht allein. Fast alle Philosophen betrachten Sokrates als ihren Ahnherrn und großes Vorbild, bis heute. Cicero nennt ihn den Ersten, der die Philosophie vom Himmel heruntergeholt und die Menschen dazu angehalten habe, über das Leben und die Gebräuche, sowie über das Gute und Schlechte nachzudenken. Karl Jaspers stellt Sokrates auf eine Stufe mit den Religionsgründern Jesus, Buddha und Konfuzius. Dabei gilt der Respekt natürlich den Inhalten seines Denkens, aber ebenso sehr seiner Persönlichkeit und seinem Leben und Sterben. Philosophie war für Sokrates nicht nur eine denkerische Herausforderung, sondern eine Lebensform. Sokrates, 470 v. Chr. in Athen geboren, lebte Philosophie, und zwar ausschließlich. Er erlernte zwar von seinem Vater den Beruf des Steinmetz, übte ihn aber kaum aus. Stattdessen war er so gut wie jeden Tag auf dem Marktplatz von Athen, der Agora, anzutreffen, immer ins Gespräch mit seinen Mitbürgern vertieft. Worum es in diesen Gesprächen ging, beschreibt der Sokrates Schüler und spätere Feldherr Xenophon so. Sokrates hätte sich gerne immerfort über die menschlichen Dinge unterhalten, indem er untersuchte, was fromm, was gottlos, was schön, was schimpflich, was gerecht, was ungerecht sei, worin die Besonnenheit und Tollheit, die Tapferkeit und die Feigheit bestehe und anderes derart, was nach seiner Überzeugung jeden, der es weiß, zu einem guten und edlen Menschen macht. Thema der Gespräche waren also so gut wie immer menschliche Tugenden, etwa die Gerechtigkeit, die Besonnenheit, die Frömmigkeit oder die Tapferkeit. Sokrates wollte herausfinden, was diese Tugenden genau sind, denn nur wer dies weiß, kann auch entsprechend gut handeln. Deshalb stellte er immer wieder die sogenannte Was-Ist-Frage. Was ist Gerechtigkeit eigentlich? Was verstehen wir unter Besonnenheit? Was meinen wir, wenn wir von Tapferkeit sprechen? Das heißt, es ging Sokrates darum, diese Begriffe zu analysieren und zu klären. Solche begriffliche Klärung ist seitdem das Hauptgeschäft der Philosophie. Und was ist ihre fundamentale Frage? Seit den Gesprächen des Sokrates auf der Agora. Ebenso bemerkenswert wie die Wahl der Themen und das damit verbundene Ziel, nämlich die Menschen gut und edel zu machen, war die Art und Weise, wie Sokrates diese Gespräche führte. Sokrates dozierte nicht. Obwohl er schon zu Lebzeiten gemäß einem Spruch des Orakels von Delphi als der Weiseste unter den Griechen galt, versuchte er nicht seinen Gesprächspartnern eigenes Wissen aufzudrängen, sondern er wollte im Gegenteil von ihnen etwas erfahren. Sokrates wollte nicht lehren, sondern lernen, denn dies war sein Verständnis von Philosophie. Philosophie heißt wörtlich Liebe zur Weisheit. Und der Philosoph ist demnach derjenige, der die Weisheit liebt. Dies bedeutete für Sokrates aber nicht, dass der Philosoph die Weisheit schon hat, also schon weise ist, sondern gemeint ist damit, dass der Philosoph nach der Weisheit strebt und sie erst entdecken und gewinnen möchte. Sokrates vergleicht den Philosophen deshalb mit dem Eros, dem griechischen Gott der Liebe. Für Eros ist das Wesen der Liebe nicht der Besitz des Schönen und Geliebten, sondern das Streben und die Sehnsucht danach. So verhält es sich auch mit dem Philosophen und seiner Liebe zur Weisheit. Er sieht oder ahnt sie in der Ferne, verliebt sich und macht sich auf den Weg, um sie zu finden. Zum Beispiel auf dem Marktplatz von Athen. Deshalb das unaufhörliche Fragen des Sokrates. Dies war seine Methode der Erkenntnissuche. Man bezeichnet diese Methode als Majeutik, das heißt auf Deutsch Hebammenkunst. Sokrates war der Sohn einer Hebamme. Und so wie eine Hebamme nicht eigene Kinder zur Welt bringt, sondern Fremde, so ging es Sokrates nicht in erster Linie darum, selbst Wissen oder Weisheit zu gebären, sondern vielmehr anderen zur Geburt ihres Wissens zu verhelfen. Er ging davon aus, dass man die Menschen nicht von außen etwas lehren muss, sondern dass sie in sich selbst schon ein Wissen haben, das bloß ans Licht der Welt gebracht werden will. Dies versuchte er mit seinen Gesprächen zu erreichen, allerdings ohne Erfolg, zumindest ohne den Erfolg, den man eigentlich erwarten würde. Die Gespräche auf der Agora brachten so gut wie nie das eigentlich angestrebte Ergebnis. Sokrates suchte sich zwar meistens Experten für das jeweilige Thema als Gesprächspartner aus, oder zumindest Menschen, die sich dafür hielten. Über die Frömmigkeit etwa sprach er mit einem Priester, über Gerechtigkeit mit einem Staatsmann und über Tapferkeit mit einem Feldherrn. Aber seine Fragen förderten kein Wissen über die jeweilige Tugend zutage, sondern eher Nichtwissen. Die Gesprächspartner gerieten angesichts der hartnäckigen Nachfragen des Sokrates immer wieder in Argumentationsnöte und mussten schließlich einräumen, doch keine Antwort zu haben. Da auch Sokrates nicht behauptete, mehr zu wissen als seine Gesprächspartner, endeten fast alle Dialoge ohne Lösung. Es wurde also nicht herausgefunden, was Frömmigkeit, Tapferkeit oder Besonnenheit ist. Das heißt, die Hebammenkunst des Sokrates scheiterte. Das Bemerkenswerte nun war, dass Sokrates dies ohne Umstände akzeptierte. Er, der große Philosoph, gab sich nicht doch am Ende überlegen und wartete mit eigenen, wohlfeilen Antworten oder Rezepten auf, sondern er hielt es aus, selbst auch keine Lösung zu haben. Sokrates war darüber gar nicht unglücklich, denn er betrachtete auch solche sozusagen Nicht-Ergebnisse schon als Gewinn. Nicht ohne Grund lautet sein berühmtester Ausspruch »Ich weiß, dass ich nichts weiß«. So verstand er auch das Orakel von Delphi. Es hatte ihn, so seine Überzeugung, nicht deshalb als den Weisesten unter den Griechen bezeichnet, weil er mehr wusste als diese, sondern weil er wusste, dass er nichts wusste. Oder jedenfalls sehr wenig. Für Sokrates ergab es schon Sinn, die Fehlbarkeit des menschlichen Wissens deutlich zu machen und falsche Gewissheiten zu erschüttern und zu widerlegen. Auch dafür gibt es seitdem einen Fachausdruck, die Elenktik, das heißt die Entlarvung von Scheinwissen. Sokrates genügte es, mit Hilfe der Elenktik Platz zu schaffen für den Erwerb wahren und tatsächlich gesicherten Wissens und dadurch den Weg zu bereiten für die Philosophen, die nach ihm kamen. Tatsächlich findet man bei Platon und Aristoteles und den meisten anderen späteren Philosophen dann auch Antworten und nicht mehr überwiegend Fragen wie bei Sokrates. Aber auch heute noch ist es eine der vornehmsten Aufgaben der Philosophie, gerade das scheinbar selbstverständliche Wissen immer wieder zu erschüttern und die vermeintlich sicheren Überzeugungen in Frage zu stellen, gerade wenn und weil wir uns so bequem darin eingerichtet haben. Philosophie kann also durchaus lästig sein, so wie es Sokrates damals war. Jedenfalls empfanden es viele seiner Mitbürger so. Keineswegs alle Gesprächspartner und Zuhörer zeigten sich nämlich dankbar für die Erkenntnis des eigenen Nichtwissens. Viele fühlten sich bloßgestellt durch die Entlarvung ihres Scheinwissens und entsprechend unfreundlich fielen ihre Reaktionen aus. Sokrates wurde ausgelacht wegen seiner wunderlichen Fragen oder beschimpft, manchmal sogar körperlich attackiert. Dies alles ließ er mit unerschütterlichem Gleichmut über sich ergehen. Als er einmal einen Rempler abbekam und sich jemand darüber wunderte, dass er sich das gefallen ließe, soll er gesagt haben, »Wieso denn nicht? Hätte mich ein Esel getreten, dann hätte ich den doch auch nicht belangt.« So schaukelte sich, trotz der Popularität des Sokrates, in den führenden Kreisen Athens die Stimmung allmählich gegen ihn auf. Und schließlich stellte man ihn im Jahr 399 vor Christus vor Gericht. Dabei spielten möglicherweise auch politische Gründe oder Interessen eine Rolle. Entscheidend war aber sicher die Beunruhigung durch die philosophischen Aktivitäten des Sokrates, die das vertraute, überlieferte und scheinbar gesicherte Wissen erschütterten und traditionelle Überzeugungen in Frage stellten. Die Anklage lautete denn auch, »Sokrates versündigt sich durch Ableugnung der vom Staate anerkannten Götter sowie durch Einführung neuer göttlicher Wesen. Auch vergeht er sich an der Jugend, indem er sie verführt. Der Antrag geht auf Todesstrafe.« In der Verteidigungsrede, die uns Platon überliefert hat, widersprach Sokrates allen Punkten der Anklage, aber ohne Erfolg. Tatsächlich hatte er die traditionellen Götter nicht verleugnet und auch die Jugend nicht verführt, sondern zu einer guten Lebensführung ermahnt. Trotzdem wurde er zum Tod durch den Schierlingsbecher verurteilt, also durch Gift. Dies war damals die gängige Hinrichtungsart in Athen. Ebenso gängig war auch die Praxis, dass zum Tode Verurteilte aus dem Gefängnis fliehen konnten, wenn sie vermögende und einflussreiche Freunde besaßen. Dies war bei Sokrates der Fall. Er hätte also fliehen können. Weigerte sich aber. Er habe, so sagte er seinem Freund Kriton, während seines ganzen Lebens die Gesetze geachtet und wolle dies ebenso im Angesicht des Todes tun. Auch wenn ihm Unrecht geschehen sei. Aber Unrecht zu leiden sei immer noch besser, als Unrecht zu tun. Außerdem müsse ein Mann dort, wo ihn der Gott hinstelle, ausharren. So starb er denn, im Beisein seiner Freunde, im Alter von 71 Jahren. Sokrates starb auch deshalb in großer Gelassenheit, weil er das Philosophieren schon als Vorbereitung auf den Tod verstand. Inwiefern das so ist, erläuterte er in dem Gespräch, das er noch kurz vor seiner Hinrichtung im Gefängnis führte. Im Tod trennen sich nämlich Körper und Seele. Und das ist etwas, was auch der Philosoph in seiner Tätigkeit betreibt. Sokrates erläutert dies im Dialog mit seinem Freund Simias. Scheint es dir Sache eines philosophischen Menschen zu sein, sich um die sogenannten Lüste, wie die des Essens und Trinkens, zu bemühen? Keineswegs, Sokrates. Keineswegs, Sokrates, antwortete Simias. Aber um die der körperlichen Liebe? Durchaus nicht. Und um die sonstige Pflege des Körpers? Glaubst du, dass ein solcher große Achtung für sie hegt? Zum Beispiel der Besitz von besonderen Kleidern und Schuhen und der andere Schmuck für den Körper. Meinst du, dass er ihn hoch oder gering achtet? Soweit es nicht unbedingt notwendig ist, etwas davon zu haben. Geringachten, denke ich, wird ihn der wahre Philosoph. Scheint dir also nicht überhaupt die Bemühung eines solchen Menschen, nicht auf den Körper gerichtet zu sein, sondern sich, soweit es ihm möglich ist, von diesem zu entfernen und sich der Seele zuzuwenden? Ja. Also vor allem in diesen Dingen zeigt sich der Philosoph als einer, der die Seele, soweit er kann, von der Gemeinschaft mit dem Körper loslässt, anders als die anderen Menschen. Offenbar. Der Philosoph trennt also schon während seines Lebens in seinem Bewusstsein Körper und Seele, um ungestört von leiblichen Bedürfnissen nachdenken zu können. Insofern nimmt er das, was dann auch im Tod geschieht, schon vorweg. Deswegen fühlte sich Sokrates gerüstet für den Tod und ging ihm gefasst und getrost entgegen. So konnte er denn auch als Schlusswort in seinem Prozess sagen, Es ist nun Zeit, dass wir gehen. Ich, um zu sterben, und ihr, um zu leben. Wer aber von uns beiden zu dem besseren Geschäfte hingehe, Das ist allen verborgen, außer nur Gott. Auch sein Sinn für Humor und Ironie verließ ihn nicht im Angesicht des Todes. Als seine Frau sagte, du stirbst ungerechterweise, erwiderte er, Wäre es dir lieber, wenn ich gerechterweise stirbe? Sokrates lebte ein materiell sehr bescheidenes Leben. Für seinen Lebensunterhalt und den seiner Familie sorgten vor allem Freunde durch ihre Gastfreundschaft und Geschenke. Aber auch solche Gefälligkeiten nahm Sokrates nur in engen Grenzen an. Für Sokrates war Armut also kein Problem, sondern die selbst und gerne gewählte Lebensweise. Etwas anders verhielt sich dies mit seiner Familie. Hier kommt Xantippe ins Spiel, die Frau des Sokrates, die später geradezu sprichwörtlich wurde als der Inbegriff des keifenden und zänkischen Weibes. Xantippe war nicht einverstanden mit der Lebensweise ihres Mannes. Die Überlieferung ist voll von entsprechenden Geschichten. So soll sie einmal, als Sokrates sich wieder auf den Weg zur Agora machte, statt zu arbeiten und etwas zu verdienen, nicht nur weithin hörbar geschimpft, sondern ihm auch einen Eimer Wasser übergegossen haben. Sokrates allerdings bemerkte dazu nur, »Sagte ich nicht, dass Xantippe, wenn sie donnert, auch Regen macht?« Eigenen ehelichen Erfahrungen entsprang wohl auch der Ratschlag an einen Jüngling, als der ihn fragte, ob er heiraten solle. »Was du auch tust, du wirst es bereuen.« Xantippe kommt also schlecht weg neben ihrem Mann. Vermutlich tut man ihr damit Unrecht, denn Xantippe fühlte sich offensichtlich nicht zur Philosophin berufen und war deshalb wohl auch nicht bereit, Entbehrungen dafür auf sich zu nehmen, musste dies aber. Ebenso blieb an ihr die Aufgabe hängen, die drei Söhne der beiden, von denen zwei beim Tod des Sokrates noch klein waren, ordentlich groß zu ziehen. Dies war bestimmt nicht einfach für sie, und dass sie ab und zu ungehalten war, wenn ihr Mann wieder einmal gewissermaßen gut reden hatte, kann man durchaus nachvollziehen. Wir haben gesehen, wie viel Philosophie in der Art und Weise steckte, in der Sokrates sein Leben führte. Die Hingabe an seine philosophischen Untersuchungen, die Distanz zu den materiellen Dingen der Welt und die Gelassenheit äußeren Wiederfährnessen gegenüber. Wir haben gesehen, dass Philosophieren mit dem Fragen beginnt, häufig auch über das Fragen nicht hinauskommt und bereit sein muss, dies zu akzeptieren. Es geht also nicht darum, auf Biegen und Brechen doch irgendeine Lösung zu finden. Nicht zuletzt deshalb, weil auch die Einsicht in die Ungelöstheit einer Frage schon einen Erkenntnisgewinn bedeutet, gipfelnd im Ich weiß, dass ich nichts weiß. All dies brachte Sokrates in der Art und Weise, wie er lebte und starb, zum Ausdruck. Sokrates hinterließ keine ausgearbeitete philosophische Lehre. Er hinterließ überhaupt keine schriftlichen Zeugnisse. Alles, was wir über ihn und seine Philosophie wissen, stammt aus den Federn seiner Freunde und Schüler. Die Hauptquelle ist Platon, in dessen Dialogen Sokrates fast immer als Hauptredner auftritt. Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob der Sokrates diese Dialoge der historische Sokrates ist oder eher eine literarische Kunstfigur, durch die Platon seine eigene Philosophie artikuliert. Dieses sogenannte sokratische Problem ist bis heute nicht geklärt. Es spricht aber vieles dafür, dass auf jeden Fall die Apologie, also Platons Wiedergabe der Verteidigungsrede des Sokrates vor Gericht und die daran anschließenden frühen Dialoge den authentischen Sokrates präsentieren. Denn die Gerichtsverhandlung fand tatsächlich statt und hunderte von Athenern waren dabei zugegen. Bei einer Verfälschung der Äußerungen des Sokrates hätte Platon deshalb mit geharnischten Protesten rechnen müssen, sowohl der Freunde wie auch der Gegner des Sokrates. Vermutlich wären einige solche Reaktionen dann auch überliefert. Das ist jedoch nicht der Fall. Man kann also davon ausgehen, dass das, was vor Gericht und auf dem Marktplatz gesprochen wurde, tatsächlich das zentrale Anliegen des Sokrates wiedergab, nämlich die Menschen durch philosophische Aufklärung besser zu machen. Vor Gericht sagte Sokrates dies nochmals ganz deutlich. Nichts anderes tue ich, als dass ich umhergehe, um jung und alt unter euch zu überreden, ja nicht für den Leib und für das Vermögen so sehr zu sorgen wie für die Seele, dass diese aufs Beste gedeihe. Indem ich zeige, dass nicht aus dem Reichtum die Tugend entsteht, sondern aus der Tugend der Reichtum und aller anderen menschlichen Güter insgesamt. Eigene und gemeinschaftliche. Um unsere Seele sollen wir uns kümmern und um die Art, wie wir unser Leben führen. Deshalb gilt Sokrates als der Begründer der Ethik, also der Lehre vom Guten und das hieß für Sokrates moralisch guten Leben. Auch hier verteilte Sokrates keine wohlfeilen Ratschläge, sondern er wollte die Menschen dazu bringen, selbst über sich und ihr Leben nachzudenken. Ein Leben ohne Selbsterforschung, so seine Überzeugung, verdient es nicht, gelebt zu werden. Nur ein geprüftes Leben ist lebenswert, also eines, das nicht nur einfach so dahin gelebt, sondern bewusst geführt und gestaltet wird. Diese Aufforderung und Mahnung zum Selbstdenken und zur Selbstprüfung ist das Vermächtnis des Sokrates. Nicht nur für Philosophen, sondern für alle Menschen. Die Aufforderung Untertitelung des ZDF, 2020